Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Moin-Klick-Tipp-Video. Jeder kennt die Situation, dass man eine Straße an irgendeinem Rand entlangführen will, aus welchen Gründen auch immer. Manchmal funktioniert das Ganze automatisch und manchmal eben nicht. Und das lästige Puzzeln kann ganz schön in die Zeit gehen. Um das Problem zu lösen, muss man eigentlich nur verstehen, wie der Straßenbau funktioniert. Habe ich beispielsweise den Startpunkt gesetzt und gehe zuerst nach links, so legt sich die Straße nicht an. Habe ich den Startpunkt hingegen gesetzt und gehe zuerst nach oben, so legt sich die Straße an. Allerdings gibt es dazu auch noch eine Alternative. Wenn sich die Straße nicht anlegt, so brauche ich lediglich die Taste Punkt oder Komma drücken und schon schmiegt sich die Straße perfekt an den Rand an. Hier allerdings noch ein kleiner Zusatztipp. Wenn die Straße erst in eine Richtung unterwegs ist und dann wieder in die andere Richtung, so funktioniert das Ganze immer nur bis zur Hälfte. Hier bietet es sich an, an dem Umkehrpunkt einen Zwischenstopp zu machen und danach den Rest zu errichten. Probiert es doch auch mal aus. Kanntet ihr diesen Tipp schon oder ist er gänzlich neu für euch? Schreibt es gerne in die Kommentare. Viele Grüße und lasst doch gern noch ein Like und ein Abo da. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020